1, 2, 3, 4 Leute, ich grüße euch. Ich zeige euch heute einen schönen Grund- und Aufbaurhythmus. Ein sehr einfacher Rhythmus, sehr fast, einen guten Drive. Und zwar sind alles offene Töne, jetzt in dem Grundrhythmus. Natürlich könnt ihr da mehr draus machen. Aber jetzt erst mal so der Grundrhythmus. Ich mache den nochmal vor und dann spiele ich ihn langsam. Das ist es. Bum, bu, dan, da, bum, bum, ban, da. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Okay, also hast du es. Es sind 8 Schläge. Wir machen es mal, wir gehen mal die Schläge zusammen durch. Also ich beginne von vorne. Zwei Bässe. Haupttanze erst, dann Nebenhand. Okay, diese sind 4 Schläge. Und danach kommt... Man muss es aber insgesamt hören, damit man den Groove überhaupt hört. Also insgesamt... 1, 2, 3, 4 Alright, so das ist der Grundrhythmus. Und jetzt könnt ihr damit was anstellen, was ihr auch immer wollt. Das Video endet hier. Das ist heute nur ein kurzes. Und jetzt zum Schluss spiele ich noch ein bisschen für euch ein paar Variationen einfach als Inspiration. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Grundrhythmus. Der ist toll. Ihr werdet merken, wenn ihr den mit anderen Rhythmen kombiniert, das ist ein großer Spaß. Okay, also dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Hier ist Ingo Gutmann. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Jo, viel Spaß euch. Jo, viel Spaß euch.